Ich bin Karo Bayer, also Karoline Bayer, aber alle sagen mich Karo Bayer. Ich arbeite in der Kommunikation in verschiedenen Bereichen. Also ich habe ein Mandat, das ich BIM-Kunde als Kommunikationsspezialistin im Einsatz bin. Ich habe aber auch Projekte, die ich in meinem eigenen Office umsetze. Was wünsche ich einem VEF-U? Alles Gute zum Jubiläum!